die auch gar nicht getroffen ist komplett durch und durch die die das kann man nicht wenn ich mich kümmern, ich sollte zuerst ja, klar, was schon oh man, ne, ne, ich holz nur noch ab, ne, das krieg mir gar nichts, ich holz nur noch ab das ist die Fertigste mit dem Kampf, so da mach ich gar nichts da seh ich keinen Sinn, das mach ich nicht so, der kämpft, wie geht der, kämpft gegen den, der kämpft gegen den nebenbei kann ich ja mal so vorbeikommen und den kann man mehr machen, was daneben geht und wieder wegfliegen, das ist sehr männlich, sehr sehr männlich, was sie hier machen so, der ist erledigt, bleibt da nur noch einer das ist bisschen gelint, wie soll ich das preciso gelint, wo könnt ihr sie discarded en der wöchste! Oh, verloren. Weil so ein Goku im Genyukörper gestorben ist. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich wette, ich bin der einzige Typ auf der Welt, der hier Probleme hat bei der Mission. Der Rest ist koreanisch und schafft den easy. Ja, komm, Alter. Ich habe mich wirklich verletzt, oder? Ich habe mich mit dem Spannungsball zusammengebracht, oder? Danke. Ich habe mich mit dem Spannungsballen gesetzt. Das ist ja noch easy hier. So. Das hätten wir jetzt. Landen wir in unserem Körper und haben keine Chance. Okay, gut. Halt doch mal die Energie von dem Typen an. Was soll das? Das ist viel zu hoch. Ja, genau. Ich wünsche dir jetzt so viel Energie. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Oh, 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 oh. Ah, 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 ah. S-Sokina. Ah, dann trifft das wieder. Wie ich die Attacke hasse. N-N-Nein? N-Nein ist das passiert? Oh, oh, oh. Gokû-san und Ginyu sind ein ganzes bildete Blick. Oh, bitte, lass mich doch abhauen. Das ist doch so. Ah, 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 ah. Jetzt haben wir hart gesessen. einigenermaßen. Jawohl. So, dürfte er gleich... ...da... ...die Katzen kommen. So, er trifft uns nicht, das ist genial. Und das können wir auch, aber er wehrt das ab. Leider. Okay, beide stehen einfach nur da rum. Oh, das kann nicht mal dein Ernst sein. Oh, wirklich? Ah, danke, Katzen. Das Problem ist, ich werde jetzt zum Beispiel nicht geheilt. Das nervt mich extrem. So, jetzt muss ich wieder aufpassen, dass keiner verreckt. Das war's und ich habe es nicht gewollt. Ich hab's nicht gewollt. Ich bin mir nicht gewollt. Das ist auch ein Schatz. Das ist ein Schatz. Ich hab's nicht gewollt, dass ich nicht so richtig bin. Ich habe es nicht gewollt. Ich bin mir nicht gewollt. Ich bin so schlecht für das Spiel. Ich bin so schlecht für das Spiel. Oh, der ist erledigt. Nice. Richtig gut. Das ging schnell. So bleibt nur noch Son Goku. Beziehungsweise Ginyu. Wir sind zu dritt, ey. Das muss doch machbar sein diesmal. Sehr schön getroffen. Ich muss aufpassen, weil so ein Goku gleich erledigt ist. So wie das aussieht. Am besten aus mehreren Wichtungen versuchen anzugreifen, den Typen. Ich versuche so hinter ihn zu bleiben. Das scheint wohl das Safetieste zu sein im Moment. Das ist ein Goku-Slash-Tot. Okay. Das heißt, dass wir jetzt so weit gekommen sind im Kampf. Geh, geh! K�め! Geh! Woah! Change! Schulte, kuh! Stop! Do... Du... Ich habe mich wieder zurückgemacht. K... G-K-K! Ich bin jetzt so... Geh... Ich bin hier! Change! Geh'n! Geh'n! Scheiß-Mission, ey. Also wieder Level-Up. Sehr geil. Neun Punkte schon wieder. Wir machen weiter, natürlich. Hm, 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 hm. Guck mal, ne? Du, 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 ne? Was? Du, ne? Du, ne? Du, ne? Du, ne? Du, ne? Du, ne? Er ist immer noch zu uns, dass sie uns immer zu uns verabschieden haben. Das ist so, nicht wahr, Mira? Es ist doch so, dass wir uns mit uns verabschiedet haben. Das ist doch so, nicht wahr? Ha, aber wenn du mit Ginyu gewechselt hast, dann bist du so ein Verabschied. Das ist so, dass wir uns nicht verabschieden haben. Diese beiden haben uns nicht verabschiedet. Noch nicht. Aber ich will auch gar nicht, dass er sich wehrt. Aber wenn er das macht, habe ich wahrscheinlich nicht mehr allzu viel Schuss. Bis jetzt klappt es ja noch. Sehr schön. Alter, bei fast 50% ist der Typ. Ah ja, und er zieht einiges ab. Oh, sehr gut. Also 50% war das Ziel. Oh, A bekommen. Auch nicht schlecht. Oh, das ist das. Das ist das. Das ist das. Wunderbar. Jetzt ist es. Wundern. 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 Nichts? hm Wenn wir uns geholfen haben, dann können wir uns sofort wegwerfen. Warte, jetzt ist es危険, bitte zurück. Er ist ein Mann, der sich in die Geschichte verabschieden. Das war's für die Welt. Alles klar. Wenn du bereit hast, bitte anrufen. Auch geil. Einfach aus dem Spiel geflogen. Wir müssen uns nicht darauf fokussieren, mehr Schaden zu machen, sondern mehr auszuhalten in dem Kampf. Sprich, TP hochziehen. Ich glaube, TP ist das einzige, was wir wirklich brauchen im Moment. Okay, dauert ja eine halbe Ewigkeit, mich zum Server zu verbinden. Entweder die Services sind down gerade oder ich habe kein Internet. Ich weiß es nicht. Ist nicht verfügbar. Okay, ich wollte hier eh einen Schnitt machen. Ärgerlich, dass es jetzt so gemacht werden muss. Ja, wie ihr seht, ich komme jetzt eh nicht ins Spiel rein. Bedeutet, ich mache jetzt hier einen Schnitt. Ich werde, wie gesagt, mich erstmal um die Parallelquests kümmern. Gucken nach neuer Ausrüstung. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn wir wieder Hauptquests weitermachen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein! Zusehen und bis zum nächsten Mal. Stimme